Du kannst damit kaufen, was du möchtest. Leute, wir haben richtig fett Buschmallow eingekauft. Beste Erinnerung ever. Du hast ja richtig viel gekauft. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich treffe heute einen Fan aus meiner YouTube-Community. Oh mein Gott, das wird so krass. Und wir gehen zusammen fett shoppen. Und zwar für insgesamt 500 Euro. Sie müsste jetzt auch gleich kommen. Wir warten gerade auf sie. Oh mein Gott. Nicht vergessen, wenn ihr mich supporten wollt, dann kommentiert mit Hashtag Team Pink. Und ich antworte euch zurück. Oh mein Gott, Leute, die haben gerade angerufen. Und die kommen gleich. Ich bin so aufgeregt. Ich glaube das gar nicht. Das ist so krass. Wisst ihr was? Wenn dieses Video 50.000 Likes bekommt, dann suche ich mir eine weitere Person von euch aus. Und dann gehen wir zusammen shoppen. Und warte, was sagst du dazu? Da bin ich dabei. Oh mein Gott, Leute, da kommen sie schon. Oh mein Gott, schaut euch das mal an. Wow, sie hat sogar mein Pink-Merch an. Oh mein Gott. Hi. Hey, wie geht's euch? Wow, du hast sogar mein Pink-Merch an. Das ist so cool. Willst du dich mal kurz vorstellen? Ja, ich bin die Emma. Die Emma. Die Emma ist heute mit mir zusammen. Und wir gehen heute fett shoppen. Das ist so cool. Ich freue mich so. Und du? Ich mich freue mich auch. Yes, heute ist der beste Tag ever. Möchtest du mal mein Auto anschauen? Auf jeden Fall. Ja, schau dir das mal an. Du kannst dich auch reinsetzen. Das ist mega cool. Guck mal, damit fahren wir jeden Tag rum. Setz dich ruhig richtig rein. Okay. Das ist so cool. Oh mein Gott, Leute, Emma sitzt jetzt in meinem Barbie-Car. Guck mal, das kann richtig viele verrückte Sachen. Ich zeig dir das mal. Box drücken. Guck jetzt, was passiert. Hubton. Drück mal auf die Hub und schau mal, was passiert. Also hier. Oh, Furt. Okay, drück mal hier hin. Das hat einfach gefurrt. Willst du mal was aus der Minibar nehmen? Ja. Oh mein Gott, okay, guck mal, du musst nur hier drauf drücken. Hier. Oh mein Gott, die Minibar ist offen. Das kannst du einfach aufmachen. Oh mein Gott, guck mal, wir haben Takis und ganz viel Eistee. Ich nehme das hier. Oh, schön pink. Beste. Leute, ich liebe auch pink. Deswegen, yes. Woo. So, Leute, wir sind jetzt in der Shopping-Mall und das sind die ganzen Gutscheine von Emma. Du kannst damit kaufen, was du möchtest. Das wird so cool. Ich freue mich schon voll. Weißt du schon, wo wir als erstes hingehen? Ich glaube, in H&M. H&M? Na dann, los geht's. Let's go. Das ist so cool. Wir sind jetzt auch schon bei H&M. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, was wir finden, Emma. Ja. Weißt du schon, in welche Abteilung wir gehen? Ich glaube, in die zweite müssen wir. In die zweite? Okay. Guck mal. Zweite, Man and Fitting. Erste, glaube ich, oder? Richtig, komm. Hier hoch. Trägst du gerne Sachen von H&M? Ja, auf jeden Fall. Krass. Hast du deine Hose nicht von H&M? Ja, und meine Jacke. Oh mein Gott, Leute, sie hat so einen krassen Style. Ich glaube, ich muss mir auch gleich was holen. Du inspirierst mich voll. Ich glaube, ich habe zwei Pullis gesehen. Die werden dir auch richtig gefallen. Ja, safe. Zeig mal. Oh mein Gott. Das waren so Barbie-Pullis. Barbie-Pullis? Als ob. Ey, ich habe heute auch Barbie an. Oh mein Gott. Leute, ich glaube, wir machen gleich einen Partner-Look. Und Lena. Gut aus. Oh mein Gott, die musst du auf jeden Fall holen. Willst du sie noch anprobieren? Ja, ich muss jetzt erst mal meine Größe suchen. Okay. Oh mein Gott. Ey, das ist so schön. Wow. Das sieht richtig gut aus. Vor allem, guck mal, wir sind jetzt einfach im Partner-Look. Aber richtig, guck mal. Blaue Hose, pinkes Oberteil. Ey, wie sieht sie so gut aus. Das musst du auf jeden Fall mitnehmen. Das ist richtig hübsch. Wirklich. Emma hat jetzt so eine richtig coole Cargo an. Wow. Kommentiert mal. Sieht das gut aus? Also ich finde es Hammer. Ja. Dieser Pillow war wieder einfach nur 10 von 10. Wie gut er aussieht. Okay, ihr habt Fett eingekauft. Wo geht er als nächstes hin? Sarah. Sarah? Ja. Okay. Okay. Los geht's. Oh mein Gott. Und Emma, was hast du dir geholt? Den Pulli. Oh mein Gott, ist der rosa? Ja. Ey, heute bist du ja richtig auf dem Pink Trip. Der sieht richtig gut aus. Man weiß, wie viel du noch ausgeben kannst. Äh, ich glaube 380. Oha, du bist ja richtig gut. Ja, 380. Guck mal. Ey, du hast richtig viel Barbie-Looks jetzt. Oh mein Gott. Mega Barbie-Zara. Ich habe auch so etwas, aber nicht dasselbe. Ja, so ein T-Shirt-Style. Jetzt kommt Emmas Look und zeig mal her. Wow. Ey. Oh mein Gott. Jetzt sehen wir ja noch mehr krass aus wie Zwillinge. Es wird ja immer besser hier. Schaut mal, wie viel die eingekauft haben. Oha, was habt ihr denn hier alles gekauft? Ja, wirklich coole Sachen gekauft. Schau mal. Oh mein Gott, alles voll. Oha, das ist doch ein cooler Tag, oder? Natürlich. Best day ever. Mädels, wo geht es als nächstes hin? Weiß ich gar nicht. Sag mal du. DM. DM? DM jetzt. Dann ab zu DM. Leute, jedes Mädchen braucht ein DM-Einkauf. Jetzt geht es ab zu DM. Ja. Weißt du schon, was du holst, oder überraschen wir uns einfach? Also auf jeden Fall brauche ich eine Mascara. Oh. Und ein Bild mit dir. Jawohl. Das lücken wir auch gleich auf. Emma, zeig mir deinen Adventskalender. Also der ist für meine Schwester. Oh, wow. Und ich habe mir noch so eine Mascara. Oh mein Gott, das sieht richtig cool aus. Oh, guck mal, wie rosa das Ganze ist. Oh, da sind richtig krasse Sachen drinne. Sie wird sich bestimmt richtig freuen. Ja, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Leute, jetzt drücken wir noch ein Bild von uns aus. Das wird so cool. Oh mein Gott. Du hast mich als Profilbild. Du bist die Beste. Check. Yeah. Alle mit Hashtag Team Pink kommentieren. Yes. To unserem Glück ist einfach die Druckerfarbe leer. Oh mein Gott. Was für ein Pech wir haben. Oh nein, da kommen so weiße Bilder raus. Ich hoffe, unser Foto funktioniert jetzt. Ja. Hoffentlich kommt da kein weißes Bild raus. Und? Oh mein Gott, das sieht richtig gut aus. Wow, ich lieb's. Und du? Ich auch. Yes, passt das dort rein bestimmt. Ja. Okay. Ich unterschreibe das jetzt auch noch. Oh mein Gott, das ist die beste Erinnerung ever. Oder? Mhm. Das ist auch deine Idee gewesen. Hammer. Und jetzt geht es zu Smith Toys. Oh mein Gott, Leute. Das ist mein Lieblingsladen. Und deiner? Meiner auch. Oh, da werden wir jetzt richtig viel Spaß haben. Let's go. Okay, wir suchen jetzt Squish Mellows, ne? Ja. Ah, die sind auch hier direkt. Wow, guck mal. Eine ganze Wand voll. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der ist richtig süß. Der passt doch voll zu dir. Auch zu deinem Outfit gerade. Zu unserem Outfit. Der ist auch nicht so riesig, ne? Ist ja so eine richtig große da oben. Ja, oder da unten. Ne? Guck mal, wie groß der ist. Leute, schaut euch mal diesen Adventskalender an. Das ist so ein Pokémon Adventskalender. Und den nimmt Emma mit für ihr kleinen Bruder. Du bist einfach die beste Schwester ever. So, Leute, ich glaube, wir haben schon genug Squish Mellows hier. Auf jeden Fall. Sagen wir jetzt mal ab an die Kasse? Ja. Oh mein Gott, komm, Lütz. Kannst du das denn auch alles tragen? Schaffst du das? Ja, auf jeden Fall, oder? Leute, wir haben richtig fett Squish Mellows eingekauft hier. Ja, hallo. Oh, wie cool das aussieht. Richtig fett eingekauft. Oh, das habt ihr alles geholt. Oh, es ist voll. Wie groß. Du hast ja richtig viel gekauft. Oh mein Gott. Na dann, let's go. Und Emma, wie hat dir dein Tag so gefallen? Auf jeden Fall gut. War cool, oder? Ich finde, es hat so mega Spaß gemacht mit dir. Wir haben so viel gelacht, so viele krassen Sachen eingekauft. Und vieles mehr. Habt ihr so lieb. Danke, dass es dich gibt. Habt ihr so lieb. So Leute, das war's vom Video. Und nicht liken vergessen. Nicht liken vergessen. Tschüssi. Tschüss. Tschüssi.